Hi Ho und Hallo! Herzlich Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute mal anders, mit Zetteln und ohne sprechen. Wie soll ich sagen? Ich bin einfach sprachlos zurzeit. Dofer Schlafmangel, da wird man ja so schreckhaft. Und dann verschwindet die Sprache. Aber wie heißt es so schön? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, das geht alles wieder vorbei. Und mit Mamas Hilfe ist es erträglich. Ob ich das gerade bin, ist was anderes. Hm, bin etwas knatschig. Naja, was soll ich sagen? Tut mir leid. Dass es heute nicht anders geht? Hm, wirklich tut mir leid. Hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Eure Ella Und falls ihr mir einen Tipp habt, schreibt mir doch, wie es euch so geht, auf Twitter oder Facebook, unter EllaBellaFlor oder eine E-Mail an bell.riedmeier at Outlook.com Tschüss! Also aufmachen ist es gut. Also aufmachen ist es gut.